Der grüner Smoothie So ganz einfach Leckeres, süßes Obst Püriert mit Grünzeug Das alles hier im Bestandmixer Geht ganz schnell Und das Beste Sind ja frisch gepflückte Kräuter von draußen Los geht's Hey Oh das Grün Hier werde ich finde Löwenzahn Schmeckt nicht du Asi gut Klee Was ist das? Spitzwegerich Den kann ich auch nehmen, klar, frisches Obst Selbst gepflückt Willst du auch mal? Ja Hey Brennnessel Die sollen auch gesund sein Moment, Oma hat mir gesagt, ich soll sie nur von oben nehmen Geht doch So Ja Jetzt habe ich aber schon richtig Appetit auf meinen Smoothie Die Banali stand drin Äpfelchen Stück Zitrone Biozitrone Biozitrone natürlich Mit Schale Hey Und jetzt das Grünzeug Und jetzt das Grünzeug Ach Minze Das macht es immer frisch Und ein Stück Wasser Ungefähr 50-50 Obst Und Grünzeug Das macht es immer frisch oder Baby Was ist es painful und fuß ich geez Was hilft Willst du auch mal? Und schmeckt super! Habt ihr jetzt auch Lust auf den Smoothie?